Da ich in der letzten Terraria-Folge vom Schleimkönig und der Goblin-Armee komplett zerstört wurde, ist es nun Zeit, um Rache zu nehmen. Viel Spaß! Ich würde sagen, probiere ich es mal, ne? Wird schon schief gehen. Von links kommt der Typ. Ist es klug? Mit welchem ist es denn klug anzufangen? Boah, es sieht so cool aus in dem Texture Pack for real, aber... Mag ich. Fühle ich ver... Warum müssen denn jetzt andere Viecher auch noch kommen? Wie fällt drauf, wie komme ich eigentlich über dem Auge? Aha. So ein Ding ist es. Oh mein Gott. Wie hat mich das gehittet? Vor allem, was hat mich gehittet? Der Junge muss ja eigentlich immer in mich dashen. Immer wenn ich unter ihm durchgehe. Fast, als würde er das einfach so machen. Oh, er hat jetzt schon seine zweite Kack-Phase. Oh, wie er aussieht, what? Ab normaler Junge. Machen die Jester Arrows mehr Schaden. Weiß ich, aber ich glaube mit denen ist einfacher zu treffen, oder? Dash da jetzt schon doppelt? Naja, Dash noch nicht krass. Aber jetzt, oder? Richtig. Und ich bin gedodged. Hätt mir echt ne bessere... Ne bessere Arena suchen können. Uiuiui, Memo. Chill doch. Ja, geh mal durch meine Mates hier durch, oder? Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Oh. Er hat einfach so viele Leben, Junge. Er hat fast doppelt so viel wie im Normal-Mode. Ich glaube, der hat ja nur 2800. Aua. Och. Immer wenn ich unter ihm durchlaufe, ist es immer so... Weiß nicht. Beängstigend. Scheiß Teppich carried. Teppich carry. Teppich carry. Aua. Kurz hängengefliegen. Bitte hüpf nicht hoch, Zombie. Bitte. Tun mir das doch nicht an. Ich trappe einfach auch nicht mehr. Easy. Gedodged. Dodging Skills. Dodging Skills. Dodging Skills. Dodging Skills. Dodging Skills. Aber keine... Schuss Skills. Junge. Okay, der... Eigentlich ist der Boss ja so einfach zum Ausweichen. Oh, ich habe nur noch die Schüsse. Mann. Okay. Ich sage nichts mehr. Ich sage nie mehr, dass er einfach easy zum Ausweichen ist. Holy fuck hat er mir am Ende nochmal Angst gemacht, nachdem er mich einfach 3-4 Mal hintereinander gehittet hat. Holy. Oh. 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 Das war anstrengend. Das war echt anstrengend. Yay, wir haben den ersten Boss besiegt. Yeah. Und es gibt eins der besten, besten Accessoires. Und zwar das Shield of Kvrudo. Was kann ich aus dem Dämoniterz schon machen eigentlich? 18 Stück. Alter, aus 18 mache ich einfach gefühlt gar nichts. Ich glaube, ich habe mit dem Bogen bessere Chancen gegen die ersten Bosse. Also werde ich mir, glaube ich, den gönnen. Oh, ich bin nicht froh, dass ich jetzt diesen Dash habe. Der Dash ist einfach superior. Der ist superior. For real. Ja. Keine Ahnung. Ich muss irgendwie jetzt ein bisschen Gold oder... Ja doch, Gold muss ich farm gehen, um eine Schleimkrone ranzubekommen. Aber ich könnte auch probieren, den... Ich könnte eigentlich probieren, den Wurm zu killen. Ich glaube... Ja, ich farm natürlich, dass ich einen Sternschnuppenbaum baue und ein paar Pfeile. Und dann sollte ich eigentlich den Wurm wegbekommen. Wo ist denn... Boah. Hier ist es eigentlich ganz gut aus, um den zu fighten. Ich glaube, dann gehe ich hier rüber und ballere den da hinten weg. Wie geht's? Wie geht's? So, ich glaube... Wobei der Weg ist eigentlich ganz gut, um den Boss zu fighten hier. Außer ich sterbe jetzt noch in diesen hässlichen... Man, ist ja einfach viel zu viele von diesem scheiß... Hastis hier. Ja, ich probiere einfach mal den Wurm zu summonen. Mit viel Glück. Oh mein Gott. Ich glaube, fünf Bomben reichen dafür einfach nicht. Ah, es könnte knapp reichen. Doch, doch. Das passt. Das passt. Und jetzt kann ich ihn destroyen, den Orb. Ich kann ihn noch zerbomben für eine bessere Pose. Ich hoffe mal, dass diese Assis nicht spawnen, wenn ich grad... Okay. Wenn ich jetzt den Boss fighten sollte. Von wo kommt er denn von unten links? Oh, wie cool er aussieht. In dem Texture Pack. Boah, der macht absolut viel Schaden. Ich glaube, ich brauche doch die anderen Pfeile. Nein, 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 nein. Oh, ich bin fast tot, merk ich grad. Ich hätte ein paar Lagerfeuer aufstellen können eigentlich. Oh, der kommt vielleicht unter mir durch und dann bin ich am Arsch. Ich bin so tot. Nein, 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 nein! What the fuck! Okay. Den schaffen wir noch nicht vielleicht. Vielleicht soll ich doch erst den Slime wegnatzen. Oder beziehungsweise mir einen besseren Room bauen, dass ich ein bisschen mehr Platz hab. Oder vielleicht hatte ich auch mir ne Pot... Ich hab halt keine Pots gehabt. Ich hatte kein... Ich hatte kein Lagerfeuer, ich hätte eigentlich gar nicht gegen den fighten sollen, aber ich wollte unbedingt ein Item haben, was ich natürlich jetzt nicht mitgenommen hab. Actually ist es besser den Schleim so zu besiegen Anstatt beim Event Einfach weil weniger Viecher dann spawnen Okay Dann gehe ich jetzt Ich bin sogar full Dann Buff und Let's go Kommt von links Oh die bleiben gar nicht stecken in ihm Wieso brennt er jetzt? Ah er brennt auch ein bisschen actually Die machen glaube ich genug Schaden Machen guten Schaden Oh ich wollte da nie runter Hook Boah was ein Hook alter Was ein Play Was ein Kite Er kann aber nichts machen Noch nichts Weil Tepeter sich einfach rum wie der größte Psychopath Oh hat ihn gerade eine Sternschnuppe getroffen Holy Oh man ich sollte mich aber jetzt nicht durch die kleinen Schleims natzen lassen Komm schon Maestro Ja Goblin Armee kommt schon wieder Warum kommt schon wieder eine Goblin Armee wenn ich hier den Schallschleim besiege Aber diesmal Diesmal kommen sie mir nicht Kommen sie nicht rechtzeitig genug die Lappen Warte will er wieder spawnen Jetzt spawnt er Ja Ja Diesmal könnt ihr mir gar nichts Gar nichts könnt ihr mir Gar nichts Easy Und dann werde ich jetzt einfach die Goblin Armee komplett mit meinen Stachelbällen die ich von denen selbst geklaut habe wegnassen Oho Okay Das sind die Assis Okay Ah wobei bringt das was Das ist gut Oh Gott ich wollte nicht in den Däsen Yo Jetzt habe ich einen besseren Bogen hier Lappen Was macht der jetzt Oh sie rennen alle noch durch die Stachelkugeln Pork Pork Esst meine Stachelkugeln Ihr alle Auch ihr scheiß Magier Ihr OP Magier Ja wie sie alle durch die Stachelkugel laufen Denn das Schmeckt eure eigene Medizin Oh wie hättet mich der Oh mein Gott jetzt natzen sie mich Halt stopp Oh Junge Geh mir einfach Kombo Ja weg 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 Ihr Kackbogenschützen Naja beim ersten Mal habt ihr mich 50 mal gekillt Aber jetzt Jetzt kill ich euch Alle Noch nicht gestorben Ohne es zu jinxen Nichts können die tun Die Stachelbälle sind einfach zu broken Aua Zack durch die Durchrollen Da der oben wird auch verrecken Komplenarmee wurde zerstört Junge Ohne einmal zu sterben Komplett easy Die Stachelbälle sind einfach zu verrecken